Guten Morgen, sagt Harry Hurtig mit dem Wetter vom 28.11.2016. Ja, ein wunderschöner Tag, auch wenn ich mich wiederhole, es kann nicht schöner sein. Heute um 9.30 Uhr, es sind 26 Grad und sehen Sie selber, die Bilder sprechen für sich. Das ist hier heute der Strand von Maspalomas. Da ist kein Wind, der Blick noch mal in die Berge. Ja, wo gibt es so ein Wetter in Europa um diese Jahreszeit? Und deswegen, wenn Sie hier leben möchten, überwinteren möchten, gehen Sie auf www.check7x24.com. Da finden wir für Sie die richtige Immobilie zu mieten oder zu kaufen. Harry Hurtig für Sie auf Radio Check 7x24. Mit diesen Bildern verabschiedet sich Harry für heute und wünscht Ihnen wie immer einen schönen Tag. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.